moin moin herzlich willkommen zu diesem kleinen hand video ja im hintergrund seht ihr gleich ein sehr spaßiges match am anfang ging es ein bisschen langweilig los springe ich gleich einfach mal zu den interessanten sachen und ja wir sind nicht so die profi spieler aber wir haben immer eine menge spaß und emotionen an bord und deshalb das war so eine geile runde die wollten wir euch einfach zeigen viel spaß dabei und wenn ihr aber bock habt dabei zu sein dürft ihr gerne auf füch vorbeischauen oh es sieht aus als wenn sie kommen wollen ja warten wir hier doch das bounty team kommt was machen wir ich würde sagen wir warten hier ja das sowieso also rangehen macht ja denn kein sinn dann warten wir auf zweite bau die team an vk gehen so schräg links an uns aber wir könnten uns sehen wenn wir pech haben wir wollen jedoch befreit oder nicht oder was wollen wir jetzt machen ich hätte die erst mal angehen lassen ans andere team da könnte man auch machen wir können auch weiter richtung süden uns verpissen noch erst mal ich habe mich angeschlossen ihr müsst kommandos geben ja gut dann lass mal richtung süden noch ein stück weg gehen damit wir uns nicht komplett sehen weder im plan gehen ja oder zweite gleich kollegisch weiß wo salter also jetzt gerade stehen sie auf einer stelle die brücke die frage ist halt ob sie die sicht benutzen ja jetzt gehen sie nach links links gehen am wasser lang ja wann wollen wir denn ja wenn wir glück haben haben sie überhaupt nicht nach hinten geguckt obwohl das selten dämlich wäre ja zumindest nicht mehr rennen die sind schon beim oder auf compound ja klar müssen sie noch haben sie die sicht und die anderen nicht einer tot sterben schon die männer die vorne noch seine das war da oben einer da unten die vorne habe ich rechts eine da unten da sein der drinnen wagen ja einer im wagen er ist gerade weg gerannt aufgehoben und jetzt ran ran zumindest an achtung aufs zweite team im wagen sitzt einer mit schrotz habe ich sagen habe ich hab ihn habe ihn ich hebe dich auf thema's ja hirn wurde plant granate reingeworfen oben Einer ist noch drin. Hebt auf und guckt euch um erstmal. Geiles Ding, Jungs. Geiles Ding. Hat jemand Geier oder hat keiner Geier? Ich hab auf gar keinen Fall Geier. Oh, Mosin agant, wenn jemand will. Haben sie Geier oder haben sie keinen Geier? Ich hab Geier, ja. Oh cool. Guck nochmal. Loote den jetzt erstes. Nichts zu sehen. Na, mach mal hier. Ja, nice. Wer will, nehme ich die Mosin mit. Springfield einfach wieder akkurat. Ne, ich will die nicht. Sehr gut. Unsere Bombardement war ja grandios. Ich hab grad 500 rausgeholt. Ja, das ist Bombardement. Die wussten gar nicht, wo sie hin sollen, Alter. Das war richtig geil, Alter. Das war richtig cool, ja. Können wir einmal durchziehen, was lagen jetzt hier oben? Zwei, ne? Zwei. Vier liegen jetzt hier. Hier drüben müssen noch welche auf jeden Fall gestorben sein. Oh ja, hier. Hier. Den hab ich durchs Feuer erwischt. Ne, ich hab auch nichts gesehen. Fünf. Uppercut. Uppercut. Uppercut, ja. Und Shotgun. Keiner, der mich geholt hat, Alter. Fünf. Fünf. Irgendwo muss noch einer sein. Tot. Nix zu sehen. Hattest du nicht irgendwo, war hier nicht draußen irgendwo einer, der gestorben ist, sagtest du? Ne. Ja, hier ist einer. Ach da, ja. Ah. Dann sind es sechs. Das war's. Messing, Blumen und Ambrus. Ach nee, das kann noch mehr sein, übrigens. Ja, drei Stück fehlen noch. Ne, das... Ne, doch stimmt. Warte, ich loote. Also. Ja, alles gut. Alter, Jungs. Richtig geile Runde. Ja, Mann. Und Thomas darfst dich freuen, sein Plan ist aufgegangen. Kaussche. Nichts. Ja. Die Knfulness. Wenn Sie auch mit denisieren. Das macht einen Maßnahmen. Ich hoffe, man hat es von ihm gehört, Alter. Das ist doch so laut, Alter. Oh, mein Spiel ist abgeschüttet. Ast rein, Leute. Ast rein. 250 Eventpunkte, Alter. Das, äh, ja. Das hat sich mal gelohnt, Alter. 6 Leute haben wir eliminiert. Alleine, dass wir für, weil wir so viele Eventpunkte haben, nochmal Blutmarken obendrauf bekommen, lösen. Das ist schon perverser, Alter. Moin Moin, liebe Landkarte. Hier gibt es noch ein paar Input-Materialien. Da oben ist das letzte veröffentlichte Video auf diesem Kanal zu sehen. Kannst du direkt draufklicken. Da oben ist immer ein passendes Video zu dem, was du dir gerade angeschaut hast, zu sehen. Dann haben wir doch da unten die Playlists passend zu diesem Projekt hier. Und da unten kannst du den Kanal abonnieren. Der Imperator ist stolz. Sopr-Malas. 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 Sopr-Malas.